Eigentlich ist Heidi Klum bekannt für ihre freizügigen Schnappschüsse. Nachdem sie den 17 Jahre jüngeren Tom Kaulitz heiratete, heizte sie ihren Fans regelmäßig mit Nackedei-Bildern ein. Nach den Flitterwochen ist es jedoch etwas stiller um die Model-Mama geworden. Umso überraschender kam daher nun ihr neuster Post. Denn in diesem zeigt sich Heidi heißer denn je zuvor. Im Video trägt das Model ein knallenges Lederoberteil samt XXL-Dekolleté und präsentiert ihren Fans ihre halbnackten Brüste. Zu dem ohnehin schon sehr verruchten Outfit kombiniert Heidi ein Halsband mit Gürtelschnallen und Lederstrieben. Unter dem Video kommentieren zahlreiche begeisterte Fans. Wie gemalt! Hans und Franz perfekt in Szene gesetzt! Und ein Kommentar bringt uns ganz besonders zum Schmunzeln. Nicht, dass sich noch Hans und Franz erkälten. Wie findet ihr das Video? Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.